So, wir machen die Vegetation in die Pyramide der göttlichen Mutter. Und ihr setzt euch bequem hin, spürt euren Körper auf dem Stuhl, auf der Unterlage. Und geht nach innen und spürt, wie euer Atem kommt und geht, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst. Nehmt wahr, wie ihr beatmet werdet. Und lasst mit jedem Ausatmen alle Gedanken und alle Einspannungen los. Und mit jedem Einatmen nehmt ihr Licht und Klima auf. Licht und Liebe fließt in euren ganzen Körper. Und ihr wählt euch eurer eigenen Liebe bewusst. Und öffnet euch mehr und mehr eure eigene Liebe. Taucht ganz in eure Liebe ein. Bis ihr spürt, dass ihr ganz eingehüllt seid in eure Liebe. Und so geht ihr jetzt in die Pyramide der göttlichen Mutter. Ihr folgt mir einfach in die kristalline Pyramide. Dort werdet ihr erwartet. Von der Hüterin. Und ihr schaut euch um in diesem Hauptraum der Pyramide. Nehmt die Energie wahr. Das Licht. Töne. Klänge. Und dann geht ihr in die Ebene des grünen Heiligtes. Ihr werdet dorthin gefüllt in diesen Raum, in diese Ebene. und taucht dort ein in die Natur. Und ihr seht den grünen See. Ein grüner See aus Licht. Ein Heilsee, in den ihr jetzt eintauchen dürft. Und ihr lasst das Licht in euch einfließen. Öffnet euch immer mehr. Es fließt in eurem Körper, in eure Wirbelsäule. In euren Rippen, in euren Thorax. Und in euer Verdauungssystem. Was ihr jetzt ganz besonders wahrnehmt. Die Schweiseröhre, die im Mund beginnt. Durch den Hals, auf der etwas linken Seite des Brustbeins, bis zum Zwerchfell geht. Und spürt eure Speiseröhre, euren Össerfangs. Und dann nehmt ihr den Magen wahr, der unterhalb des Zeichfells beginnt. Geht mit eurem Magen in Kontakt, in den grünen Licht. Der Magen liegt im Friedenschakra und er ist verbunden mit dem Erdelement. Bedankt euch auch bei eurem Magen für seine unermüdliche Arbeit. Und nehmt wahr, was er von euch möchte. Nehmt wahr, ob er glücklich ist. Ob er sich bewegen kann oder ob er eingeengt ist. Tretet ein in diese innere Kommunikation. Und lasst eure Liebe zu eurem Magen fließen. Dann gehen wir weiter zum Magenausgang. Und zum Zwölffingerdarm, zum Duodenum. Das liegt oberhalb des Bauchnabels, in der Mitte eures Bauches. Nehmt Kontakt auf. Nur Dehnung, Zwölffingerdarm, kommen die Verdauungssäfte, Gallensaft, Panklersaft zusammen. Und die Verdauung des Speisepreis beginnt hier nochmal ganz besonders. Dann geht ihr weiter zum Dünndarm. Der Dünndarm, der Dünndarm liegt mehr im unteren Bereich des Bauchs, unterhalb des Bauchnabels, in eurem Hara, dem orangenen Chakra. Der Dünndarm, der Dünndarm liegt mehr im unteren Bereich des Bauchnabels. Der Dünndarm liegt mehr im unteren Bereich des Bauchnabels. Mit eurem inneren liebevollen Blick. Der Dünndarm gehört zum Element Feuer. Kraft und Mut. Und an der rechten Seite eures Unterbauchs geht der Dünndarm in den Dickdarm. Und ihr folgt jetzt eurem Dickdarm, der auf der rechten Seite nach oben steigt, bis unter die Leber. Dann quer über den Bauch, bis unter die Milz. Und dort wieder nach unten steigt in die linke Leistengegend und dort, von dort zum Rektum, zum Darm ausgehen. Der Dickdarm hat ganz viel mit Loslassen zu tun, mit Trauer. Lass doch hier das grüne Eilicht. Euch ganz deutlich zeigen, was euer Dickdarm braucht für seine Arbeit und für das Loslassen auch alter Emotionen, alte Verletzungen. Und das ist die Linke. Und das ist die Linke. Die Linke. Dann nehmt nochmal insgesamt zu dem Verdauungssystem Kontakt auf, vom Mund bis zum Darm Ausgang. Nehmt wahr, dass es durch alle Chakren läuft. Fast durch alle Chakren läuft. Und dass es ganz viel mit Nehmen und Geben zu tun hat. Das ist die Linke. Das ist die Linke. Das ist den Ertelement. Das Feier-Element, das Metall-Element. In einem Minus. Dann taucht ihr langsam aus dem Einlicht wieder auf die Oberfläche. Und ihr seid noch auf der grünen Ebene in der Pyramide. Genießt noch einen Moment die Bilder, die sich euch jetzt zeigen. Die Farben, die ihr seht. Und dann kommt ihr wieder zurück in euer Herz. Bedankt euch. Und nehmt ein paar tiefe Atemzüge. Und öffnet eure Augen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.